Hallo zusammen! Keinen weiteren Cent mehr für Elektroautos. Wenn ich an die Macht komme, ist es mit dem Mandat für Elektroautos vorbei. Das sagte Donald Trump kürzlich öffentlich bei einer Rede. Was das für Folgen für Tesla haben könnte und was Elon Musk dazu sagt, das schauen wir uns gleich zusammen an. Vorher wie immer noch der Hinweis auf den Sponsor, der dieses Video möglich macht. Bis gleich. Tesla-Welt wird präsentiert von Shop4Tesla. Nachhaltiges Zubehör findest du jetzt exakt passend für deinen Tesla mit dem neuen Shop4Tesla-Konfigurator. Ebenfalls neu bei Holy in limitierter Aktion, drei neue Sorten Holy Energy. Über die Links in der Beschreibung bekommt ihr Rabatt und ermöglicht mir, für euch dieses Video zu machen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Mein Name ist David und wir sprechen hier selbstverständlich wie immer über Tesla-News. In den USA tobt nach wie vor der Kampf um die Präsidentschaftswahl. Und Donald Trump, der wettert gegen die Unterstützung für Elektroautos. Denn die beiden Regierungen, die hatte den sogenannten Inflation Reduction Act verabschiedet und eine massive Subvention für Batteriezellproduktion, aber eben auch für Elektroautos in den USA umgesetzt. Davon möchte Trump weg. Er sagte, wenn ich an die Macht komme, dann werde ich das Mandat für Elektrofahrzeuge am ersten Tag beenden und damit die Autoindustrie vor der völligen Auslöschung bewahren und den US-Kunden Tausende und Abertausende von Dollar pro Auto sparen. Und John, der Präsident vom Tesla-Owners-Club Silicon Valley, der hat hier mal auf X die Frage gestellt, was denkt ihr eigentlich darüber? Elon hat darauf geantwortet, das schauen wir uns gleich zusammen an. Vorher vielleicht noch als Kontext, Donald Trump ist nicht gegen Elektroautos. Auch das hat er ganz klar in seiner Rede noch später gesagt. I'm all for electric, sagte er. Aber er ist eben gegen das Mandat und gegen die Subventionen. Was bedeutet Mandat an dieser Stelle vielleicht noch kurz erklärt? Die beiden Regierungen hat zum Beispiel entschieden, dass bis 2032 50% aller Neuzulassungen in den USA voll elektrisch oder zumindest Hybridfahrzeuge sein sollten. Durch die Einschränkungen mit den Hybridfahrzeugen eigentlich keine richtig scharfe Vorgabe, wie ich finde. In den USA sind derzeit rund 8% aller Neuzulassungen Elektroautos. Aber genau diesen Zwang hier, dieses Mandat also, das möchte Trump verhindern und abschaffen. Elon Musk, der reagierte auf den Post von John und sagte dazu folgendes. Erstaunlich viele Leute denken, dass Tesla nur mit Subventionen überlebt. Das trifft auf unsere Konkurrenten zu, aber nicht auf Tesla. Und darüber wollen wir sprechen. Denn ich finde das schon ungewöhnlich. Jeder normale CEO, der würde doch sagen, doch wir brauchen diese Elektroautoförderung, ohne die geht's nicht, bla 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 bla. Elon Musk sagt hier aber ganz klar die Wahrheit. Wir brauchen die Subvention nicht. Die könnt ihr gerne abschaffen. Schafft sie aber dann bitte auch in den anderen Bereichen und anderen Segmenten ab. Und das sagt er, obwohl Tesla dadurch Milliarden von Dollar entgehen. Denn die Steuersubvention heute ist eigentlich für Tesla Cash in die Tesch. Eine schöne Sache aus Tesla-Anlegersicht. Das nehmen wir gerne mit, oder? Überlebensnotwendig ist das für Tesla aber nicht. Ich frage mich, ob sich da nicht jemand in den USA findet, der ihn deswegen nochmal verklagt. Schauen wir uns aber vielleicht nochmal an, was Elon Musk damit eben auch sagt. Nämlich, die Konkurrenz, die braucht das dringend. Die sind davon abhängig, gerade wenn es um Elektroautos geht. Denn keiner der anderen Hersteller in den USA kann Elektroautos profitabel herstellen. Die verlieren Milliarden damit. Und ich finde, damit widerspricht er eigentlich auch der Meinung von Trump, dass er durch das Abschaffen der Subventionen und des Mandats hier die Industrie retten kann. Denn auch wenn vielleicht der ein oder andere denken würde, dass sie dadurch länger Verbrenner bauen können, wird das nichts helfen, wenn Elektroautos einfach günstiger werden. Und genau dann werden Ford und GM ein großes Problem haben. Würde diese Politik von Trump die Verbreitung von Elektroautos bremsen? Vermutlich ein bisschen, denn jeder Dollar, den das Auto weniger kostet, der eröffnet den Zugang zu einer größeren Gruppe von Menschen und potenziellen Kunden, die sich das Auto dann eben leisten können. Auf der anderen Seite und vielleicht als Gegenargument sind zwei Punkte anzuführen. Zum einen Mal sind die Batteriezellpreise am Fallen. In China haben sie sich letztes Jahr halbiert. Und das ist ein Trend, der sich fortsetzen wird. Ich habe dazu kürzlich ein Video gemacht, das verlinke ich euch hier oben in der Ecke. Und das hat zur Folge, dass E-Autos in der Produktion und in der Herstellung deutlich günstiger sind als Verbrenner. Und wenn es sich auch nicht sofort auswirkt, so werden in den nächsten ein, zwei Jahren dann selbst die Stickerpreise, also die Endkundenpreise für die Fahrzeuge günstiger sein als eben Verbrennerfahrzeuge. Wenn man den Total Cost of Ownership betrachtet, dann sind Elektroautos sowieso schon günstiger. Schaut mal hier. Kürzlich ein Bericht hier ebenfalls für die USA. Elektroautos kosten über fünf Jahre hinweg weniger als vergleichbare Benzinfahrzeuge. Und dann haben sie hier eine interessante Karte über die Einsparmöglichkeiten mit einem Elektroauto, im Zeitraum von fünf Jahren, für die verschiedenen Bundesstaaten in den USA abgebildet. In allen Bundesstaaten außer in Maine und in West Virginia sind die Gesamtbetriebskosten für E-Fahrzeuge über fünf Jahre hinweg geringer als die eines vergleichbaren Benzinfahrzeugs. Besitzer eines E-Fahrzeugs in Colorado, Illinois, Nevada und New Jersey sparen mehr als 8.000 Dollar gegenüber einem vergleichbaren Benzinfahrzeug in eben fünf Jahren. Ihr seht die Karte, je grüner es ist, desto mehr könnt ihr sparen. In einigen Bundesstaaten bis zu 10.000 Dollar in fünf Jahren. Der Unterschied hier, der ist hauptsächlich durch die Strompreise getrieben, allerdings auch durch einige Steuervergünstigungen. Das darf man nicht vergessen. Es ist aber die Situation in den USA. Und dann gibt es für mich noch einen zweiten Grund, dass sich die Streichung der Subventionen vielleicht nicht ganz so stark auswirkt oder vielleicht sogar gar nicht auswirkt. Und das ist die Reaktion der Automobilhersteller, insbesondere von Tesla darauf. Und ja, Tesla ist hier das Maß aller Dinge, denn sie verkaufen am allermeisten Elektroautos. Deswegen ist relevant, was Tesla hier genau macht. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, als Mitte Dezember die deutsche Regierung sämtliche Subventionen gestrichen hat. Von heute auf morgen. Das war ja fast schon ein Trump-Move, muss man hier sagen. Die Reaktion von Tesla darauf war, dass sie umgehend die Förderprämie für alle bestellten Fahrzeuge weiter übernommen haben. Und im Januar wurden die Kosten für das Model Y in Deutschland um 5.000 Euro gesenkt. Der Umweltbonus, der lag bei 4.500. Sie haben also die komplette Umweltprämie übernommen und sogar noch 500 Euro obendrauf gelegt. Dazu gab es dann noch 0% Finanzierung fürs Model Y. Für den Kunden ist das also erstmal direkt billiger geworden. In der Folge hat Tesla dann komischerweise die Preise fürs Model Y wieder erhöht und prompt auch ein Minus von 42% in den ersten sechs Monaten in Deutschland eingefahren. Hier ist aber wichtig zu verstehen, dass dies nur in Deutschland der Fall ist. In anderen Märkten in Europa wächst Tesla. Und die Gigafactory in Brandenburg, die produziert eben für ganz Europa und nicht nur für Deutschland. Und das ist hier ganz wichtig zu verstehen, denn Tesla kann weiterhin in Europa alle Autos absetzen, die sie bauen. Das geht in anderen Märkten sicherlich besser als in Deutschland, weil es dort eben noch Subventionen gibt. Ich denke da in Spanien oder Italien. Aber auch in Frankreich werden extrem viele Tesla weiterverkauft. Und es wäre ja blöd von Tesla, wenn sie das nicht mitnehmen würden. Das kann ich nachvollziehen. Sie vernachlässigen also hier in gewisser Weise den deutschen Markt. Aber diese erste Reaktion von Tesla im Januar, die zeigt doch ganz deutlich. Wenn es hart auf hart kommt, dann kann Tesla die Subventionen ausgleichen. Für Endkunden werden die Autos dann eben dadurch nicht teurer. Tesla macht vielleicht weniger Gewinn. Okay, aber sie überleben es eben. Und einen größeren Einfluss meiner Meinung nach haben hier zum Beispiel Zinsen. Die unsichere Wirtschaftslage und die hohen Zinsen, die sorgen eben dafür, dass Leute es sich genau überlegen, ob sie hier ein neues Auto kaufen möchten. Vielleicht bekommen sie auch gar keinen Kredit. Aber auch da gibt es ja Gegenmaßnahmen von Tesla. Sie subventionieren den Zinssatz und erreichen dann eben eine Finanzierung bei Model Y von 0%. Ja, auch hier dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr darüber denkt. Wir beobachten selbstverständlich die weiteren Entwicklungen in den USA und kommen damit zum nächsten Thema. Hier hat Tesla nämlich gerade auch die Preise für Model S und Model X angehoben. Und zwar um 2000 Dollar. Das gilt im Moment nur für den amerikanischen Markt. Ob das sich hier bei uns auch zu Buche schlägt, das müssen wir abwarten. Und dann wollte ich noch über einen Kommentar von Elon Musk zum Thema FSD reden. Er hat nämlich nochmal bestätigt, dass mit der Version 12.5 im Cybertruck die FSD Einzug erhält. Der Cybertruck ist ja bereits auf den Straßen Amerikas unterwegs, aber er hat heute weder den Autopiloten noch FSD mit an Bord. Tesla hat ja einige Zeit gebraucht, um das System anzupassen. Mit der Version 12.5 hat das Ganze dann ein Ende. Ein riesiges Update, ein absoluter Game Changer für Kunden der Cybertrucks in den USA. Und die können sich vielleicht schon bald darauf freuen, denn Tesla testet bereits die 12.5 in den USA. Tesla Mitarbeiter sind mit Fahrzeugen hier unterwegs. Auch das hat Elon hier in einem anderen Post nochmal bestätigt. Die 12.5, die ist auch deswegen interessant, weil Tesla hier nochmal die zwei unterschiedlichen Software Stacks für die Autobahn und das Fahren in der Stadt zusammenführt. Die neue Software Version 12.5 hat damit nur noch einen einzigen Software Stack. Für eben alle Situationen. Auch das eine spannende Änderung und wir dürfen uns freuen, wann diese Version zu ersten Kunden kommt. Denn ihr erinnert euch, zwischen den Software Versionen, also 12.3, 12.4, 12.5, da gibt es riesige Sprünge. Elon Musk hat schon öfters gesagt, dass es hier eine Verbesserung um Faktor 5 bis 10 sogar gibt. Verbesserung im Sinne der gefahrenen Kilometer zwischen den Interventionen. Wir dürfen uns darauf freuen. Wenn ihr das auch tut, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben für den Algorithmus da und abonniert den Kanal. Macht das ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Falls ihr diesen Kanal unterstützen wollt, dann schaut mal bei Shop for Tesla rein. Ihr bekommt 5% Rabatt auf jetzt alle Produkte und ihr tragt mit eurem Kauf auch dazu bei, dass ich weiter diese Videos machen kann. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia in der Schweiz und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V. unterstützt.